Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Saisonstart der Spielzeit 2055-2056. Wir haben uns ordentlich verstärkt, haben jetzt aber noch einige Vertragsverhandlungen anstehen, wollen da vielleicht nochmal nachlegen. Oh, wir haben tatsächlich auch noch ein Testspiel gegen RWO und dann geht es los gegen Kaiserslautern, die uns im Testspiel kürzlich ziemlich nass gemacht haben. So, den verletzten Rodriguez Pires muss ich auch erstmal noch besuchen. Denn wir trainieren in dieser Woche mal die Spritzigkeit, wir haben nämlich die Konditionen ganz schön hochgetrieben. Wir müssen jetzt auch mal in die andere Richtung nochmal trainieren. So, Dominik, ein bisschen Motivationsprobleme, aber wir haben da ja in der Vergangenheit von gehört, Sprachprobleme und so weiter, Heimweh. Ich biete ihm dennoch nochmal einen Zwei-Jahres-Vertrag plus Optionen an. Wenn er gerade rein nominell teilweise unser schwächster Torhüter ist, aber nur was die aktuelle Form angeht, sehe ich es nicht ein, hier den Mann direkt vom Hof zu jagen. Er hat ja noch einen Jahrvertrag verkaufen, verkaufen will ich ihm sowieso nicht. Aber ich würde ihn gerne noch behalten, weil er hat hier schon gute Leistungen gezeigt und er verlängert dann auch in zwei Jahre. So, wir spielen jetzt gegen Rot-Weiß Oberhausen. Mache ich da jetzt eine Generalprobe nochmal raus, oder? Wir probieren einfach mal ein bisschen was. Pena Zauner spielt jetzt nämlich einfach mal Stürmer. Das kann er ja nämlich auch. Hoffmann geht jetzt einfach mal ins Tor. Ich sehe, Fortress darf auch wieder spielen. Ne, dann spielt er, damit er nochmal einen Test bekommt. Ansonsten wird hier nochmal ein bisschen hier und da verschoben. Ja, bei Fortress ist die Sperre auf einmal verschwunden, bei Mercier nicht. Oder war das dann doch auf die Testspiele bezogen? Naja, keine Ahnung. So, machen wir es jetzt nochmal. 1800 Zuschauer. Hemline trifft zum 1 zu 0. Kusk sieht gelb wegen Meckerns. Halbzeitstand. So, bei Kusk wollen wir jetzt mal nicht einen Platzverweis riskieren. Doch, er soll jetzt einfach mal testen, dass er hier 90 Minuten durchkommt. Pena Zauner kommt nochmal rein. Jensen, Jensen, Velinov darf auch mal ein bisschen mitspielen. Gebo spielt einfach mal in den Verteidiger. Ja, so. Noch ein bisschen wechseln. Äh, Muldhaubs sieht gelb. Das ist jetzt in meinen Augen dann halt keine Generalprobe mehr. Wir sind gut vorbereitet. So, Gewinn 1 zu 0. Martin Bong. Sein Berater hier mit uns am Start. Der ist 30 Jahre, aber ich denke auch, da kann man auch noch einige Jahre spielen. Würde ich auch erstmal ein paar Jahre dranhängen. Ein absoluter Leistungsträger, Mannschaftskapitän. Dem wollen wir es uns jetzt nicht verscherzen. 20.000 Euro Auflaufprämie. Wenn der Auflauf denn auch schmeckt. So, 2 Millionen kriegt der Philp auch. Aber er ist dann ein bisschen skeptisch. Er zieht die Augenbraue hoch wie The Rock. Aber nicht im positiven Sinne so. Klassen wird von uns umworben. Ein potenzieller Ersatzmann auf der Außenverteidigerposition. Oder generell in der Abwehrkette. Der kann nämlich auch Innenverteidiger, dadurch, dass er beidfüßig ist, kann er alle Positionen bekleiden. Großes Talent, also in der Abwehrkette. In der Viererkette. 21 Jahre jung von Aston Villa. Großes Talent. Kann den Ball gut halten. Ist gesund. Leider raucht er. Das wäre schon noch eine hochkarätige Verpflichtung. Da sind wir auch mal durchaus bereit, ein bisschen was zu bieten. Aston Villa am Jahr steigt aus. Unsere Außenverteidigung wird nicht jünger. Aston Villa bietet ein Handgeld von über einer Million. Das war ja auch einst mal unsere Stärke. Einst vor langer Zeit, dass Lukaku immer so ein hochkarätiger Ersatzmann auf der Bank auch war. Das haben wir jetzt auf anderen Positionen. Im offensiven Mittelfeld zum Beispiel. So, hohes Handgeld. 750.000 Euro. Adams möchte 7,9 Millionen Euro haben. Das ist mehr als das Doppelte, als er auf dem Papier wert ist. Aber ich denke, der Mann wird seinen Wert noch durchaus steigern. Da bin ich jetzt schon bereit, da auch über den Marktwert zu investieren. 3,4 Millionen ist für mich da schon ein bisschen niedrig angesetzt. So, ein bisschen würde ich den Preis schon noch gerne drücken. Was mir nicht gelingt. Ah, 7,5 Millionen. 7 Millionen. Nein, klappt nicht. Scheitere ich jetzt an meiner eigenen Sparsamkeit? Wir haben es ja, solange Bonk und Philp gesund sind, nicht nötig. Da jetzt sofort wen zu verpflichten. Können erstmal in die Saison gehen. Wir können ja noch bis Januar Spieler verpflichten. Union Berlin gewinnt den Liga-Pokal. Wir spielen jetzt zu Hause gegen Kaiserslautern. Ja, Fortes hat sich so ein bisschen ins Aus gespielt. Aber ich habe gesagt, er ist Stürmer Nummer... Aber ich habe auch gesagt, das ist fast auf Augenhöhe passiert. Er hat jetzt fast die ganzen Testspiele verpasst. Deswegen sitzt er jetzt hier erstmal nur auf der Bank. Hoffmann ist Nummer 2. So, Fiedler kriegt erstmal den Vorzug vor Zauner. Wobei Zauner natürlich auch ein potenzieller Stürmer ist. Gebro kriegt den Vorzug vor Vakaso. Die will da absolut auf Augenhöhe agieren. Mercier und Hansen. So machen wir das gegen Kaiserslautern. Ihr müsst rackern und zackern. Die werden sich zu wehren wissen. Das Vorstandsvertrauen ist schon wieder ein bisschen gebröckelt. Durch meine Spiränzchen in der Vorbereitung. Und aus irgendwelchen anderen Gründen. Wahrscheinlich habe ich denen zu viel Geld ausgegeben. Was ich unangemessen finde. Aber dennoch, ich kann mir jetzt keinen Fehlstart leisten in dieser Saison. Spieler finden die Ansprache unpassend. Nur 21.000 Zuschauer? Was ist denn hier los, liebe Freunde? Ja, die Fans sind eben sauer. Nur 20.000 Zuschauer, alle noch auf Mallorca hier im Sommerurlaub oder was? Sophie Marco tippt 4 zu 1 auf uns. Wir haben jetzt keinen Grund, in meinen Augen jetzt hier das Stadion halt leer zu haben. So schlecht war die letzte Saison jetzt auch wieder nicht. Naja, wollen wir den Leuten zeigen, was sie hier verpassen. Eine gelbe Karte für Molina. Jetzt nicht unser Ex-Molina. Auch schön, dass ich mit dem Verkauf dieser drei Stürmer noch knapp 2 Millionen Euro gemacht habe. Asidi ist mit einem Einwurf auf Fischer. Aber dennoch möchte ich hier keine doppelten Marktwerte zahlen. Deswegen müssen wir nochmal gucken, was wir jetzt auf der Außenverteidiger-Position machen. Hansen, Köpf zur Ecke. Gomez jetzt. Hansen wirft sich dazwischen und verursacht noch eine Ecke. Nochmal Eckball jetzt von links. Gomez. Kopfballduell Fischer und Hansen. H. Fischer setzt sich durch. Tut der Ball ist drin. Erstes Gegentor der Saison. Verdammt. Wir liegen 0 zu 1 hinten zur Halbzeit. Das kann uns nicht schmecken. Hier spielt aber keiner so schlecht, dass ich jetzt irgendwen einzeln ankacken möchte. Sondern ich kacke alle an. Bitte. Und da ist er. Torschützen König Nummer 4. Zum vierten Mal in Folge. Fragezeichen. Juri Campos. Auf jeden Fall legt er hier direkt am allerersten Spieltag. Gut los. Macht sein erstes Saisontor nach voller Gebro. Melet hier sieht, dass er platzert. Läuft los. Passt. Molina schaut. Haut dir mal auf den rechten Flügel. Der Ball landet immer aus. So. Ein Spielaufmesser. Schneide einmal mehr. So Fortes. Jetzt kannst du dich zeigen. Kommt für Adler. Röthlund kommt für Zuba. Nicht unbedingt das beste Debüt hier. Aber so. Jetzt Hebenlein. Spielt den Ball in den Strafraum. Kein Abseits. Das Vorteil stimmt der Ball mit dem Rücken zum Tor am Elfmeterpunkt an. Der ist jetzt hoffentlich motiviert. Er schießt aus der Drehung. Molina kann blocken. Einmal zeigt er sich hier direkt. So. Wir können noch einmal wechseln. Ist natürlich auch viel Qualität, einen Mann wie Peña Zauner jetzt hier von der Bank bringen zu können. Er kommt für Fiedler. Passiert hier noch was? Nein. Wir starten mit einem Remis in die Saison. Das ist jetzt nicht brillant, aber auch nicht so schlecht. An den fehlenden Einnahmen, an den Einnahmenzahlen hier sehen wir direkt die fehlenden Zuschauer. Nämlich nur in Anführungszeichen 67.000 Euro eingenommen, 106.000 Euro bezahlt. Gary Fischer war der beste Spieler. Schiedsrichter Fritz, der beste Mann. Spiel bekomme ich in heute 5 schwach. Wir starten auf Platz 10. Aber den Platz kennen wir ja gut. Union Berlin gewinnt 5 zu 1 gegen Greuther. Führt meine Güte. Der amtierende deutsche Meister legt furios los gegen den Aufsteiger. Leverkusen verliert 1 zu 3 gegen Rostock. Augsburg gewinnt 2 zu 0 gegen Wehen, Wiesbaden. Würzburg gewinnt 2 zu 0 gegen Wolfsburg. Bayern München gewinnt 3 zu 2 gegen Mainz. Dortmund verliert 0 zu 1 gegen Cottbus. Bielefeld gewinnt 3 zu 0 gegen Düsseldorf. Wir spielen 1 zu 1 gegen Lautern. Gladbach gewinnt 2 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt. Campos startet hier direkt in der Top 20. Innerhalb des Tages niemand von uns. Silva wechselt von Carl Zeiss Jena nach Wackerburghausen. McGuckin wechselt von Verwandt mit McLovin. Wechselt von Eintracht Braunschweig nach West Bromwich. Jadim wechselt von Preußen Münster nach FC Sion. Bei uns wird niemand umworben. Wir spielen als nächstes gegen Cottbus. Haben in der vergangenen Woche 340.000 Euro eingenommen. Vorstand ist noch einigermaßen beruhigt. Wir verteilen mal 500 Freikarten und 500 Karten auswärts. Zuschuss. Gucken uns mal die Geldanlagen an. Ah, das ist im Minus oder bei 0. Investieren wir nochmal 5 Millionen bei Möbel Ronik. Trainieren in dieser Woche nochmal die Spritzigkeit. Monreal ist wieder fit. Champions League wird gespielt. Union gewinnt 1-0 gegen Palusseura. Gladbach gewinnt 2-1-0 gegen Zenit. Und Wolfsburg gewinnt 3-0 gegen Braga. Augsburg gewinnt 1-0 gegen Galatasaray. Sehr tolle Ergebnisse für die deutschen Clubs. Europa League Quali. Wien Wiesbaden verliert 1-0 gegen Malaga. Wir spielen in Cottbus. Ein Spiel auf Augenhöhe. Einmal mehr. Heute erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Anspar hat die Wirkung nicht verfehlt. Ausverkaufte Hütte im Stadion der Freundschaft. Cottbus hat das erste Spiel gewonnen. Mehmet Scholl tippt 3-1 auf Cottbus. So gibt es hier den ersten Saisonsieg. Passiert nicht viel in der ersten halben Stunde. Vujinovic, unser alter Freund gegen Philp, geht an ihm vorbei. Marschiert auf die linke Strafraumecke zu. Dreht sich, schießt und der Keeper streckt sich vergeblich. Und ja, macht mich auch ein bisschen stolz zu sehen, dass aus unserer Jugend hier nicht nur Kraut und Rüben kommen, sondern auch Erstligaspieler, die anderswo uns hier einen einschenken. Vujinovic trifft. Ihm ist es gegönnt, aber auch nur das eine Mal. Und wir wollen das Spiel trotzdem gewinnen. Hansen sieht hier nicht gut aus. Nimmt sich meine Kritik zu Herzen. Ich will, dass sich jeder von euch, aber auch jeder in der zweiten Hälfte steigert. Das war gar nichts. Jetzt Zubar holt aus, wird von Cohen nicht angegriffen. Schießt. Und der Ball ist direkt drin. Und sein erstes Saisontor. Leo Zubar und direkt der Ausgleich. Vorlage Gebohr erinnert mich vom Verlauf hier sehr an das Spiel letzte Woche. Hakim sieht gelb. Gebohr wieder mit dem Assist. Wieder der Ausgleich nach Rückstand der ersten Halbzeit. So, ähm, Philp spielt hier auch nicht gut. Deswegen bringe ich jetzt einfach mal Kusk auf die Rechtsverteidigerposition. Wenn wir ihn umschulen wollen, müssen wir daher auch ein bisschen am Ball bleiben. Und Fortes kommt für Adler. Und, äh, Wacaso kommt für Geboho. Kopfbalkon genau auf den Keeper. Der packt sicher zu. Können wir jetzt hier nochmal kontern. Abschlag in die Sturmspitze. Nein, wir spielen nochmal 1-1. Weder Fisch noch Fleisch, aber einigermaßen satt sind wir trotzdem. 106.000 Euro Prämie bezahlt. Zwei Remis zum Saisonstart. Bruno Gray, der beste Spieler hier. Spiel bekommt die Note 5. Wir stehen noch gerade 13. Aber naja. Nächstes Mal erstmal Pokal und dann etwas akklimatisieren hier. Cottbus spielt 1-1 gegen uns. Wiesbaden gewinnt 1-0 gegen Union. Mainz spielt 1-1 gegen Gladbach. Fürth spielt 2-2 gegen Bayern München. Wolfsburg spielt 0-0 gegen Bayer Leverkusen. Sehr viele Remis hier und heute. Kaislautern mit einem 1-1 gegen Bielefeld. Düsseldorf gewinnt 4-0 gegen Augsburg. Frankfurt verliert 0-3 gegen Dortmund. Und Rostock verliert 0-2 gegen Würzburg. Würzburg ist Tabellenführer. Die einzige Mannschaft, die beide Spiele gewonnen hat. Es gibt ein einziges Team mit 0 Punkten. Das ist Frankfurt. In der Elf des Tages niemand von uns. Wir sehen nochmal Transfers. Kobal von Dijon nach Nürnberg. Nowak von Düsseldorf nach Braunschweig. Akko von Cottbus nach Frosinone-Kalczo. Reichert von Nizza nach Mainz. Wir spielen beim nächsten Mal in Berlin beim FC Viktoria Berlin. Robin Philp ist jetzt ein guter Freistoßschützer offiziell. Dass er das kann, hat er ja schon immer gezeigt. Jetzt hat er auch sein Freistoßdiplom. Wir spielen außerdem beim nächsten Mal gegen den VfL Wolfsburg. Die stehen auf Platz 16. Die haben einen Punkt geholt. In der Tabelle der ersten Halbzeit stehen wir auf Platz 16. Tabelle der zweiten Halbzeit auf Platz 4. Ja. Wir haben gesehen, warum. Wir gucken mal in die anderen Ligen. Zweite Bundesliga auf den Aufstiegsplätzen. Stuttgart, Münster, Ingolstadt. Auf den Abstiegsplätzen Leipzig, Aue, Darmstadt. Und Jena. Jena mit 0 Punkten. Stuttgart mit 6 Punkten. Regionalliga Nord. Hannover und Magdeburg ganz vorne. Auf den Abstiegsplätzen Reden Oldenburg, Uerdingen und Berliner AK. Regionalliga Süd. Auf Platz 1 und 2 Sandhausen und Augsburg 2. Erfurt würde aktuell aufsteigen. Auf den Abstiegsplätzen Haiger, Garching, Schweinfurt und Ulm. Wir haben in der vergangenen Woche 120.000 Euro verloren. Bei den Anlagen. Komm, wir investieren jetzt auch nochmal 5 Millionen bei Sorglos. Alles hier plus minus bei 5 Millionen. Vorstand guckt schon ein bisschen blöd. Mein Vertrag läuft aus, sollten wir nicht vergessen. Ja, wir warten auf den ersten Sieg. Den wollen wir nächstes Mal sehen. Beim Fans bin ich unbeliebt mittlerweile. Ich gelte als Schlitzohr. Kann nochmal Spielertrainer werden. Ah, bin zu alt angeblich. Naja, meine Damen und Herren, beim nächsten Mal gibt es den DDP-Pokal. Tschüss, bis dann. Ich bin erst mal in der Zahl. Das ist smart. Ach, nicht bloß. Aber plan ist alles los. Aber da ist es die Weltrikt spürlicht. Das ist ein sehr schönes Aus stolz.